Schön, das war ein guter Einsatz. Kaufen wir mal. Jetzt fehlt gleich. Nichts ist zu wenig. Auf gehts. Fünf Brille, gar nichts. Schön. Muss ich bloß eine Kamera geben, oder? Aber ich habe gerade umgeschaut, wie viel ich gewinne. Schade. Ja. Brauchbar, gehen wir hoch. Dann haben wir wieder der zweite Dreher. Der zweite Dreher haben wir wieder einiges an Bewegungsgeld. Jetzt waren es drei Dreher. Jetzt muss ich wieder umschalten. Und dann schauen wir weiter. Auf gehts. Achso. Im Übrigen sind nur zwei Euro. Da liegt noch einer. Falls der eine nicht gereicht hätte. Heutzut, mach. Mach Double. Auf gehts. Rucks raus. notwendig ist. Ein Ganzes. Ich muss den 2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-1-2-1-2-1-2-2-1. Jackpot, yeah! Zwei oder drei Driehe später. Eine Nummer höher. So viel, dass er besser zahlt. Oder gar nicht mehr. Wunderlampy raus. Wieder verworben. So, 10,000. So, 10,000. Oh, schön. Wir können nicht sehen. Okay, wieder locken. Yeah. Schön. Pfui! Ah, zwei sowas. Ich bin ja beim Ohr, oder? Schön. Super. Die Halle ist komplett voll. Vor jedem Automat sitzt es höher. Und Automaten laufen überall gut. Bei jedem gibt's Freispiele. Momentan bei mir die Besten. Yeah. Okay. Full. Wollt mal voll. Kollege. Fast full. Habt's gehört? Da hinten wieder Freispiele. Und gleich nochmal verlängern. Einmal voll. Nein. Ja. 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 Macht das mal voll. He, das ist ja kaputt. das ist ja wirklich kaputt ja, die kann man wieder bewegen verlängern brav und eine Vollreihe J auch noch oh, drei, noch mal J und noch mal Full Full war mal oh fast fast fünf Scatter in Linie 100 Ich kann sie noch sehen lassen Für den Einsatz 2 Euro, wie voll vermehrt. Jetzt hoffen wir, dass es weiter geht. Damit füllen wir dann mal. Vielleicht wird es was. Das war der Jackpot. Ja! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Gott sei Dank.